Beim letzten Mal in Bravely Defueled 2. Und nun zurück ins Abenteuer. Das können wir auch gleich nochmal abspeichern, die Geschehnisse. Warum eigentlich nicht? Na komm. So, da rechts war eine Schlucht und wir gehen jetzt hier hoch. Mal gucken, ob wir da drüben irgendwo wieder runterkommen. Oder auch nicht. Savalorn liest ein bisschen weiter drüben. Ich glaube nicht, dass Sie alle so gut sein würden, dass Sie mir einen Moment Ihrer Zeit sparen. Kommt drauf an. Äh, wir haben keine Zeit, wir müssen weiter. Du glaubst wirklich, dass der Quatsch funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, so. Ich will das Crystal an Holograd geben. Und zurückgegeben werde ich das ganze König von diesem gesamten König. Da haben wir aber, glaube ich, ein Veto einzulegen, oder? Holograd? Aber natürlich, die wretcheden Wormonkers haben eine Hand in das. Und die zwei Mercenaries? Sie haben uns bei Ihrer Bidung? Du kannst es so sagen? Ja. Natürlich erwartet ich nicht, dass sie so... ...verwendig. Ich glaube, das alte Adage steht noch immer. Wenn man etwas richtig gemacht hat, muss man es sich selbst machen. Es ist eher nicht einfach. Aber egal. Das muss aber erst mal noch beweisen, ob du das besser kannst. Ein Asterisk. Prime Minister. Du auch einen. Soon all Halcyonia will answer to me and me alone. Aber nicht mit dem Make-up, Alter. Das Windcrystal wird mir sein. No matter what the cost. Was ist denn das für eine Pose? Ei, 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 ei. Na jetzt geht's los. Ich sehe, was du gemacht hast, obi. Du wirst mich nicht vergraben, ein Feind von mir zu machen. Das werden wir noch sehen. Hey, aber Schaden macht er, so ist es nicht. Na gut. Dann schauen wir mal. Vorsicht vor Kontern. Nimm dich vor Charakteren in Acht, die über Gegenangriffe verfügen. Sie könnten zurückschlagen, wenn du gerade angreifst oder Gegenstände benutzt. Unabhängig vom Auslöser erhalten sie einen Gratisschlag, wenn du die entsprechende Aktion ausführst. Okay. Wenn du es mit einem starken Gegner zu tun hast, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass er irgendeine Form von Konter parat hat. Dieser wird nicht unbedingt immer ausgelöst, aber sobald der Feind seine Karten offen auf den Tisch gelegt hat, solltest du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Okay. Wir werden aber als allererstes mal sehen, mit was wir es so zu tun haben. Okay. Sieht doch nicht so schlecht aus. Damit können wir, glaube ich, arbeiten. Ähm. Ja, da haben wir doch was, oder? Wieso kann ich denn den Schildstoß nicht ausführen? Ach, da muss ich ein Schild ausgerüstet haben. Ja klar, ergibt Sinn. Ähm. Dann werde ich mal seinen physischen Angriff ein bisschen drücken. Sehr schön. Du kannst auch volles Rohr drauf gehen. Oh, ist knapp gewesen. Okay, aber da haben wir zur Not was dagegen. Ähm. Ich habe nur leider keine Erdangriffe, ne? Nicht wirklich. Das heißt, er könnte einfach mal hingehen. Oder was hat denn er an Heldentaten eigentlich? Nur den Kreuzhieb, hm? Ja. Dann Trank. Bitte auf Gloria. Ja. Hey, das sollte es tun. Du hast meine Danke. Okay? Ähm. Tja. Das machen wir mit. Ja. Ich selbst kann halt nicht so viel machen. Hm. Brave. Und Angriff. Ja. Haha. Ja. Ja. Haha. Ja. 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 Das wird so helfen. Ja. Na. Ja. Ja. hoffentlich bringt uns das noch weiter hier und äh... Alter! Was ist denn los hier? Alter, ist hier was los! Sehr gut! Äh, nein! Ich brauche mal eine Phönixfeder, danke! Hey, try this! Thanks! To push too far is pulling! Maaan! Aha! Leave this to me! Sehr gern! Na, das hat doch einen Effekt gehabt! Ich glaube nicht. Ich denke schon, ja. Alter! Es ist schon ein bisschen unfair, dass jedes Mal, wenn ich ein Objekt einsetze, er hier... Kann ich mir das leisten, hier auf Brave zu gehen? Ich glaube nicht. Ist echt ungünstig, ne? Das wird es tun. Mein Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Okay, dann. Du musst aufstehen! Verdammt, das tut weh! Das sollte es tun. Ich habe auch nicht mehr allzu viele Phoenix-Federn. Hier geht's! Spirits hier! Ich brauch das! Wir müssen was machen! Okay! Hier! 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 Oh, das ist doch! Ich bin zurück! Ich bin zurück! Let's see! Alter! Ich habe heute leider keinen Schwert, ne... Naja, was soll's? Machen wir es trotzdem! Kommt! Ja, hey! Spirits, heal us! This favor will not be forgotten! Hey, try this! He-he! Hmm. I'm so sorry! I'm so sorry! He-he! 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 Ich weiß halt nicht, ob er resistent ist gegen irgendwas, ne? Na, wir probieren's mal. He-he! Okay, also gut Schaden macht's. He-he! 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 We stand firm for now! Get some! He-he! To push too far is falling! Okay, aber so langsam scheint es zu werden, ähm... Komm, das hat doch was gebracht. Machen wir mal damit weiter. Was? Ja, das hat gar nichts gebracht, verdammt. Allerdings, aber... Lass mich sehen. Ei, 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 äh... Aber eigentlich müsste sie ja... Ach, komm. Ja, mehr! Ah, verdammt, das hab ich geahnt. Ich bin in deinem Tod. Hm, was ist das? Hm... So ein Mist. Ah, okay, also die Magie bringt bei ihr jetzt nicht viel. Geh ich auf Default oder ich... Ich greife an. Hm... Komm her! Ach, was machen wir jetzt? Ich könnte jetzt... Ähm... Na, ich verteidige mich nochmal. Spirits heal us! Right! Time for a Spy Revenge! Hm... Oh, okay. We've got to do something! Hm... Allerdings, ähm... Als erstes meine Phönix-Feder. Dann... Stein werfen wird nix bringen, ne? Ich probier jetzt einfach mal, ob das Wurfmesser irgendwas bringt. Hier, probier das! Meine Zeit ist noch nicht gekommen! Oh! Ja! Komm her! Ah, ich bin fertig! Hier! Danke! Okay... Ich mein, er kontert, ja, aber... Es hat schon was gebracht. Ähm... Ja! 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 Two ohms! Ha-ha! To push too far is point. Sorry to be a pain! Guess it's my turn! Ja-ja! Geh! So eine Scheiße. Behandle dich erst mal selbst. Dich fragt aber keiner. Ich werde dich betrachten und Halcyonia wird mein, alles mein. Es ist kein Zeitpunkt, um zu betrachten. Nichtsdestotrotz, weil es nie passieren wird. Lass mich sehen. Was ist nächstes? Ich frage mich. Wenn ich das Äther eingesetzt habe, kann ich doch aber wieder... Ja, dann kann ich eigentlich Feurer einsetzen. Hm. Wie viel hat er noch? 2250. Ich bin auf, hm? Nichts wie die Lange. Was muss gemacht werden. Ich muss mich selbst schützen. Wir müssen etwas machen. Hier. Ja. Das ist gut. Ich bin wieder in der Arbeit. Uh-huh. Was ist das? Ich bin wieder in der Zeit. Ich kann mich nicht anstreben. Es geht weiter. Sehr gut. All right, then. Okay, yeah! So, dann hat er erstmal wieder ein paar MP. Das war mir jetzt das Wichtigste. Naja, das war klar. Ja! Ja! How thoughtful of you, huh? Ja! 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 Mhm! Mmh... Ich hab halt auch nicht mehr viel MP-Namen. Scheiße. Das war nicht gut. Und ich bin zurück. Es ist nichts wie die Lange. Ei, 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 ei. Scheiße. Hey, bist du okay? To push too far is fully. Sorry to trouble you. Just buckle down. Gut, dass wir Sir Sloane noch haben. Oh, was next I wonder. Time to take a step back. Wait for it. I must endure. Oh. Much better. Here I go. Oh. 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 Ich meine, ich hatte doch aber Objekte, die recht gut Schaden gemacht haben. Und ich hab noch drei Wurfmesser. Ich probier das jetzt einfach mal auf gut Glück. Eat this. Eat this. Eat this. Habe ich mir gedacht, dass das am Ende bei rauskommt. Aber oh, was? Das kann er jetzt aber vergessen. Hmm. Away and file your heat. Eat sorcery. Come and get her. To push too far is fully. Thanks. I owe you one. Be healed. I'm not done yet. Näh, das hab ich mir gedacht. Oh. Ihm sind die MP ausgegangen, huh? Okay. Interessant. You pay for this. Hmm. Okay. I'm going all in. Ah, Mist. Na ja. Okay. Und ja, aber. Oh, der hat ja kaum noch was. Ah, ha, ha. Du hast ja immer bereit für das. Und da geht er down, jawoll, es geht doch. Oh mein! Ein weiterer Schritt in die richtigen Richtung. He he, neue Tricks, eh? So, und was sagst du jetzt? Hä? Oh, Mönche? Mönche sind mächtige, ganz auf den Körper konzentrierte Kämpfer. Die Erstklassik darin sind, kritische Treffer auszuteilen. Fähigkeiten starker Schlag, füllen den physischen Angriff auf ein Ziel aus. Der hohen Schaden verursacht, aber über eine etwas niedrigere Trefferschance verfügt. Aufputschen erhält den physischen Angriff des Benutzers drei Runden lang um 15%. Werte können höchstens auf 200% ihrer Grundhöhe besteigert werden. Okay. Nett. Könnte man mal ausprobieren. Hat nicht geklappt, no? Er ist nur so stark, oder so stark, wie es den possessor ist. Und in deinem Fall, Herr Minister, es scheint, dass du nicht genug bist. Hm. Stopp! Nicht nachher kommen! Bitte! Ich weiß, dass ich falsch habe. Ich werde glücklich relinquieren die Windchrystal. Just, 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 just leave me be. Bitte? Wollen wir ihn nicht gefangen nehmen und mal dem König vor die Füße werfen? Mal gucken, was der dazu zu sagen hat? Pathetic. Was? You are of as little use as those idiot mercenaries you hired. Adam? Was? I mean, Lord Commander, what are you doing here? Vor allem, wer ist es? And if anything more annoying, foolish, wittering, useless worm. Alter, ist mit dem falsch. Au! Au! Now, give me the Windchrystal. Wie wär's mit nein? Noch'n Kampf. We shall not be defeated. All shall kneel before me. Oh! Nee, alter. Ähm. I had expected a little more from you, if I am honest. But no. Such a pity. Hey! Crystal will be coming with me. Woo! Hey! Put her down! Very well. Catch! Was? Ich habe, was ich kam für. Aber du hast meine Verstärkung. Und für das musst du bezahlen. Mit deinen Leben! Was zum Teufel ist mit dem falsch? Und jetzt doch ein Game Over. Aber der Typ ist doch niemals besiegbar. Oh, ich sehe schon, was hier passiert. Sir Sloane! Ich will ihn hier halten. Freunde, eskorte ihr Majestät zur Sicherheit. Was ist mit dir? Ich werde nicht lange dauern. Nicht länger, als es das Beste, dieses Fiend. Hm. Alter. Ach du scheißig. Ich ahne, wo das hinführt. Finally. An Opponent, who might actually be worthy of my time. Aber du kannst nicht das Inevitable stoppen. Hm. Um zu stoppen, wird genug sein, Welp. Ich hatte mir nur großes Sorgen, wie das endet hier. Ich habe mir gedacht, dass du ein paar Worte behalten könntest. Aber ich sehe, dass du schon wieder flagst. Du bist fertig, Hero of Light. Wie kannst du mir hope, zu verletzen? Ich bin ein Heer der Lichter, nicht mehr. Und nur in dich, habe ich bereits gewonnen. Was hat er jetzt? Oh nein. Sir Sloane! Der hat doch jetzt nicht wirklich... Oh nein. Das ist Gloria, Lord Commander. Ach nein, Sir Sloane. Habe ich das richtig verstanden? Hat er sich jetzt wirklich geopfert? Ach, kommt schon. Wenn wir endlich geschafft waren, haben wir unsere letzte Respekte in Sir Sloanes Grave. Tatsächlich. Neben seiner Frau. Hier, noch einmal. All right, old man. Hope you're up there enjoying a wee drink or two with Lady Emma. Here's to you both. Ich bin nicht sicher, dass das, was du sagen sollst. Aber noch... Aber noch was? Das wäre schön. Ich... Herr Sloan... Ich werde es tun. Ich werde es tun. Ich werde dich nicht unterhalten. Komm, wir müssen unseren Weg sein. Z самиuguem folder, Uuuuh 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 Uhuuuh Ach neim, also wirklich. Öhhh Näh. Na prima. Und wer heilt uns jetzt, wenn wir am Boden liegen? Ach, du Scheiße. Dass er so ein Ende erleben wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, man, hey, Gloria, alles okay? Oh, Mann. Tja, nun? Ja, ja, hau mal lieber ab. Kein Bock, mich mit dir zu schlagen. Wie sieht's denn eigentlich aus bei uns hier? Sind alle wieder geheilt, ja. Tja, alle bis auf Sir Sloan. Wie dem auch sei, wir machen uns hier einen Speicherstand. Ich werde das wahrscheinlich in zwei Episoden aufgeteilt haben. Und ja, beim nächsten Mal werden wir sehen, wo es unsere Gruppe hier weiterhin trägt. Und ob wir in irgendeiner Form den Windkristall wiederbekommen werden. Denn der ist ja jetzt auch weg. Eioiui. Ähm. Jetzt wird's, glaube ich, langsam kritisch. Wir haben den Windkristall verloren. Und haben auch noch keinen anderen Kristall gefunden. Also, unsere Situation ist gerade nicht besonders gut. Werden mal sehen, wie das weitergeht. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erst mal raus hier. Bis dahin. Haut rein!